appgefahren.de die verrückte welt der iphone apps euer portal für news videos und testberichte über iphone und ipad apps in diesem video review schauen wir uns die app spartiker an welche zu dem blog www.sparen-im-netz.de gehört mit einem klick auf das icon startet auch schon direkt die app normalerweise bekommen wir ein ladebildschirm zu anfang der fällt bei mir gerade weg da ich im wlan netz bin und die beiträge direkt geladen werden und nun sehen wir hier die übersicht die sogenannten highlights wie man unten links sieht dort sind alle news aufgelistet die auch im blog vorhanden sind und wenn wir zum beispiel einen sehr alten eintrag suchen können wir die älteren einträge laden lassen und bekommen diese auch noch angezeigt möchten wir uns nun ein artikel genauer ansehen klicken wir einmal drauf nach kurzer ladezeit bekommen wir diesen auch angezeigt und sehen das bild und den zugehörigen text wir können ganz einfach durch scrollen wie man sieht sind in diesem text auch links verbaut diese können ganz einfach mit einem klick geöffnet werden und werden in dem integrierten browser angezeigt nach kurzer ladezeit sehen wir hier auch das angebot auf ebay mit einem klick auf zurück kommen wir wieder zu unserem artikel und können zum beispiel das schnäppchen weiterempfehlen und bekommen dann eine e mail maske die schon vorgefertigt ist und müssen nur noch den empfänger eintragen natürlich können wir auch kommentare schreiben zu dem artikel mit einem tab auf kommentar schreiben gelangen wir zur eingabemaske geben unseren namen unsere e mail adresse und gegebenenfalls auch unsere webseite ein und in dem großen feld werden wir unser kommentar eintippen und danach klicken wir auf senden und der kommentar wird versendet wir schauen uns das noch einmal an wie die kommentare dann aussehen in etwas fett wird der name angezeigt und in grauer schrift wird unser kommentar eingezeigt zurück in der übersicht sehen wir verschiedene farben der artikelüberschriften einmal in fett schwarz und einmal in grau die bedeutung von grau bedeutet eigentlich nur dass wir diesen artikel schon gelesen haben und die fett schwarzen sind ungelesene artikel mit einem klick auf preisanfrage kommen wir zur preisanfrage dort ist ein kleiner text hinterlegt der uns darauf aufmerksam macht wenn wir uns zum beispiel ein neues gerät anschaffen möchten aber nicht zu viel bezahlen müssen oder wollen schreiben wir einfach eine anfrage an das team von sparen im netz diese sind so nett und schauen dann im netz nach ob es kurscheine gibt und wo wir derzeit den artikel am billigsten einkaufen können unter dem icon suche verbirgt sich natürlich auch die suche im suchfeld oben können wir unseren suchbegriff eingeben hier jetzt nehmen wir einfach mal blu ray und nach kurzer suche werden die artikel angezeigt die mit diesem begriff versehen sind dort scrollen wir durch und klicken auf diesen artikel den wir lesen möchten und sehen auch wenn wir etwas runter scrollen dass hier eine blu ray im angebot ist zuletzt schauen wir uns noch den button mehr an und gucken was sich dahinter verbirgt wir sehen eine kleine übersicht mit mehreren buttons und zuerst gucken wir uns schnäppchen einsenden an dort bekommen wir eine vorgefertigte e mail und können ein schnäppchen und den link dazu angeben und senden das direkt an das team von sparen im netz unter dem verweis kategorien befinden sich natürlich alle kategorien dort gibt es für jede kategorie einen an und ausschalter möchten wir zum beispiel artikel von angebot des tages nicht anzeigen lassen so schalten wir diese kategorie einfach aus außerdem mit einem klick auf eine kategorie bekommen wir alle artikel angezeigt die sich in dieser kategorie befinden unter dem menüpunkt über uns befindet sich ein text den könnt ihr euch gerne durchlesen dort steht ein paar informationen über den blog von sparen im netz und eine wichtige funktion ist auch die nachtruhe dort können wir einstellen wann uns push notifications angezeigt werden sollen und wann nicht hier können wir die nachtruhe ein und ausschalten und die zeit dazu setzen wenn uns die app und der blog gut gefällt können wir diese an einem freund weiterempfehlen mit einem klick auf weiterempfehlung bekommen wir eine vorgefertigte e mail müssen nur noch den empfänger eintragen und schon bekommt er die empfehlung möchten wir das team von spartiker kontaktieren klicken wir dort drauf und bekommen auch hier eine vorgefertigte e mail müssen nur noch text hinzufügen und können diese versenden zuletzt noch ein blick ins impressum dort sind alle wichtigsten angaben angegeben wie zum beispiel die adresse des betreibers wem der blog von www.sparen-im-netz.de schon gefallen hat kann sich jetzt die kostenlose app aus dem app store herunterladen nun brauchst du safari nicht mehr zu starten um den blog zu besuchen du öffnest einfach die iphone app und bekommst alle artikel aufgelistet und wirst kein schnäppchen mehr verpassen